Also ich bin der Fabi, das ist der Ricardo und wir stoppen jetzt die Dämmung gut ohne Flipp. Okay, ich fang an mit ganz einfach und eben damit. Ich mach nur ein paar überwünscht, der Bang. Okay, das ist die Dämmung. Paus, Nick! Ich fang an der Wand. Okay, mein... ...dass ich mach ein Handstand Whip an der Wall. Mach mal, wie gibt's? Also ich bin mein Elbster und ich mach an der... ... am Table Whip-Suite 5 Whip um. Okay, ich mach... ...hier an der... ...an der... ...vorder... ...mach ich Flippe... ...hoch... ...und dann Drive-Lit Drop. ...hier an der... ...lässste... ...und ich mach zurück über den Tätel. Hier an der Leicester, Frontside V-Wheel 2, 540 aus. Ok, ich habe sicher gemacht, dass das so gewachsen ist, deswegen muss ich jetzt meinen Retry nehmen. Ich probiere da an den London Gap den Whip Rewind Drops. Die Whip Rewind Drops Die Whip Rewind Drops Die Whip Rewind Drops Die Whip Rewind Drops Das macht jetzt die Magnum Ausgabe. Yeaaaah Ich mache ein Wickei-Nomel-Pippe, die Füße, also die Oppo-Kampe. Okay, ich mache ein Triple-Wip da. Also ich nehme meinen Last-Frick-V-Bate. Also ich nehme meinen Rettrack-V-Bate. Also ich nehme meinen Rettrack-V-Bate. Okay, weil der jetzt so knapp war, kriegt der Rettrack noch einen. Das war sein erster überhaupt da. Respekt. So, hier eine Double-Wheel-Kabel für Rettrack. Okay, das hat nicht geparkt. Deswegen mache ich jetzt eine Whip from Scooter. Ja. Riccardo hat seinen C genommen. Der ist jetzt raus. Ja. Gutes Spiel. Ja. 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 Ja.